So, liebe Freunde, Übertragungsstörung, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich muss mal gerade gucken, wie ich jetzt hier wieder reinkomme. Na komm. Ja, ich bin hier kurz vorm Verrecken. Ja, vorsichtig. Ja, das ist echt nicht ohne. Das baut ja echt ordentlich rein. Das ist schon mal down. Hm, da kommst du da hin. Warte. Warte. Unpraktisch. Warte. Irgendwie... ...dann gibt's zu. Warte. Weiter angreifen einfach Aber dann werde ich attackiert Ja, das war's Also, wir Wir müssen seine Verteidigung schwächen! Der Dämon ist verwundbar, schlag zu! Ja, das war's! Ja! 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 BOMB BABY Ja, hier bin ich. Ah, ich habe es nicht. Wenn du A drückst und A drückst Ah Die Neues, wenn die Moment auf Einfahrtmutzung enden. Alles. 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 Okay. Dann, ihr zwei Zuschauer. Sagt er uns, wie wir das machen. Hallo. Wir müssen deine Verteidigung schwächen. Der Dämon ist verwundbar. Schlagt zu! Einfach mal so, ne? Einfach mal so, ne? So, ne? Oh, special op-sig. I'm going. Oh, spectacular! Yeah! Oh, spectacular! Yeah! Ja! Oh, schau, da schaust du, da schaust du! Geht er zu Boden, yeah! Doch, nur! Aber die macht das Neela Lidschatten! Oh, da muss ich aber noch was machen! Tut es! Oh! Oh! Du hast es schon wieder. Aber es ist auch der Schüge! Aber es ist auch der Schüge! Das ist auch nicht die Besserung, aber nicht die Besserung! Es ist gut, es ist gut, es ist gut! Das ist der Volk freigeschaltet. Super! Guck mal, wir mal planen. Ob die Kasschen kommt. Und sonst? Was hast du denn jetzt nach dem ersten Bosskampf? Ja. Kann man mal machen. Ich hab jetzt nicht erwartet, dass das so schwer ist. Schon ein bisschen Grips benutzen? Wusste nicht, dass ihr wach seid? Wirklich? Das ist eigentlich, warum seid ihr verängstigt? Ganz genau, sondern guck ihm ins Gesicht. Warum seid ihr so verängstigt? Was ist passiert? Das war falsch, nicht wahr? Ich habe etwas Falsches gesagt. Ich denke nicht. Ich bin so gut aus. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Den ganzen Arm schon wollte ich. Ich bin nur eine einfache Dienerin. Ihr seid wieder in der Welt. direkt teleportiert. Sie sagen, ihr hättet uns gerettet. Die Bresche hat aufgehört zu wachsen. Genau wie das Mal auf eurer Hand. Die magische Nix-Polle. Seit drei Tagen redet niemand mehr von irgendetwas anderem. Aber jetzt nicht auch passiert. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Jetzt nehme ich an, dass mich jetzt wohl ein Prozess erwartet, richtig? Darüber weiß ich leider nichts. Lady Cassandra wünscht gewiss zu erfahren, dass ihr wach seid. Sie sagte umgehend. Und sie ist wo? In der Kirche. Mit dem Lord-Kanzler. Umgehend hat sie gesagt. Echt? Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen Elf und dem Weihnachts-Elf. So, dann würde ich auch sagen, ähm... Was? So die erste... Erste Schritt zu sein. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wer den Stream verpasst hat, kann natürlich... Auf unserem Twitch-Kanal nochmal den Stream nachholen. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss und verabschieden uns. Und ich versuche jetzt mal kurz den Stream zu machen. Ansonsten geht für euch natürlich... Du machst das schon. Schreibt uns doch im Chat, wie ihr den Stream fandet. Hey!